Ah, es war ein Versuch wert. Also er will, dass man da rüber springt und da... Wow! Willkommen zurück, liebe Leute, zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. YouTube Castle von Kenu. Und, ähm... Geht aus Domtendo Zombie. Ernsthaft? Gleichwerbung? Hier, meine Güte. Abschlussrate 5,82%. Der Rekord liegt bei Flex von Phoenix mit 54 Sekunden. Und, äh... Keine Ahnung, was mich erwartet. Just do it! Ah, es war ein Versuch wert. Also er will, dass man da rüber springt und da... Wow! Das war nicht ernsthaft, oder? Ja, doch, erst mal ernst. Okay. Fail. Fail, er... Fail, er... Fail, er... Fail, er... Mega Fail! Gong, ich muss nicht nem es openesti. Ah, ich will. Ah, ich muss uns trapits. Ich will. Nach Before realmente ver permis... Und runter. Macht einem deutlich hier schön mit den Münzen. Wo musst du lang? Leck mich doch am Hintern. Immerhin wollte ich noch loben. Er sagt einem jedenfalls, wo es lang geht. Und dann sowas. Hopp. 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 Das war jetzt gerade ein Lack-Jump. So, einmal ganz kurz bumm nachgemacht. Und hier gibt es dann noch Münzen. Einige Münzen. Knapp 100 an der Zahl. Knapp. So. Ähm. Ja, ein YouTuber-Level. Okay. Gut. Wir hatten jetzt Schleif-Werbung für andere YouTuber. Von dem her. Passt schon, ne? Zu dem Level selber. Es war ein gutes Level, aber... Kein Buu und kein... Toll. Muss ich sagen. Geht mehr. Geht mehr Kino. Aber ich freue mich auf weitere Level von dir. Sagen bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trott Rhein. Tschö, tschö.